Das Auto von Julian Block wurde demoliert. Er schrieb auf Facebook dazu, ich will nicht behaupten, dass PA das war. Aber eine Sache weiß ich, ich war allein und ihr braucht vier Mann, um mein Auto kaputt zu machen. Egal wer das war, ihr seid Hurensöhne und 10.000 Euro für den, der euch Bastarde zu uns bringt. Für die, die es nicht wissen, PA Sports und Julian Block haben seit längerem Streit. Auf Snapchat erklärt PA nun, er habe viele Nachrichten bekommen, in denen man ihm der Tat bezichte. Das weiß PA jedoch von sich. Ich steche keine Reifen ab und demoliere auch keine Autos. Wäre ich das gewesen, hätte ich ganz klar noch den Türgriff angepinkelt. Aber ich hoffe, Julian, dass du Vollkasko versichert bist und eine gute ADAC-Mitgliedschaft hast. Zuvor wurden bereits Julian Blocks Reifen zerstochen. Juliens Blog deutete damals an, PA Sports würde dahinter stecken. Was meint ihr, hat PA Juliens Auto demoliert? Drücke auf das I rechts oben und stimme darüber ab. Teile doch das Video, würde mich freuen. Die